Mal schauen, da oben ist der Steigfahrt drauf. So, meinst du? Und hängen sich halt. Entsprechend eine wunderschöne Abendstimmung hat man am Ende der Martaweinstiege. Hallo und Grüße von den Beilsteinwänden. Ich bin Vater Bayer und heute geht es mal auf einen weiteren Göttersteig, nämlich die Koloa-Stiege. Und da nehme ich euch einfach mit, weil es ist nämlich schon ziemlich am Abend und sonst wird es mir möglicherweise zu spät. Wer das Tafeltor erreicht hat, steht also vor der Koloa-Stiege noch schwarz als Wanderweg, interessanterweise angeschrieben. Aber mit der Bemerkung, die Göttersteig-Ausrüstung. Na, wird ja spannend. Also dann da rauf mit uns. Ja, da ist der Einstieg zur Koloa-Stiege, der echte Einstieg. Und dann wollen wir auch schauen. Da rauf ist der Steckverlauf. Jetzt geht da durch diese Scharte durch. Und bei den Bäumen vorbei. Geht ganz einfach los. Da hätte es möglicherweise eine Böckerversicherung gebracht. Ja, bei mir ist ein Kletterkurs aufgestiegen. Die wurden festgetan. Haben sie in der Folge gar keine Göttersteig-Ausrüstung. Und sie hat das Ganze wirklich nur am Seil versichert gegangen. So geht es natürlich auch da. Ja, cooler Blick, oder? Da hängt diese Felsennadel. Der Ausblick der abendliche. Ist von Wien aus leicht erreichbar. Sind ca. 30km. Bin ich heute Abend sogar nach der Arbeit nochmal in Rau hergefahren. Das wird vermutlich für die meisten nichts sein. Aber es ist ja wirklich cool da. Felsmäßig ist das da alles etwas einfacher. Es ist wie ein Mötlinger Götterstück. Obwohl er auch mit PC umgehen wird. Gäste schön. Und dieses Eck rein. Abmerksam ist frei. Ist schon cool, wo da überall die Föhren drinnen stehen. Da gibt es viele Risse. Wirkt brüchig. Ist aber interessanterweise da überall fest gewesen. Schön da. Jetzt gehst du auf diesem Grat hinauf. Ausblick. Muss natürlich nicht schöner sein. Was richtig gibt das. Drüben hat mir auch ein bisschen eine alte Steigeranlage. Die hat mir auch verkommen lassen. Tja, das war es auch schon wieder. Ist ein gutes Vergnügen. Wenn wir jetzt da schon mal rauf gestiegen sind, dann genehmigen wir uns dann ein bisschen Aussicht, oder? Aussicht. Und Rückschau ist in dem Fall angesagt. Ja, was wird das gewesen sein? 10 Minuten Kletterzeit vielleicht. Rückweg. Man kann natürlich auch wieder absteigen, eh klar. Oder man geht da drüben runter. Das heißt, noch einen kurzen Aufstieg und hinter der Wand vorbei. Der kleine Rückschau in den Graben. Für uns geht es da mit Helfermarkierung jetzt linker Hand hinauf. Ja, was kann ich sagen? Das ist ein sehr kurzes Vergnügen eigentlich. Da war ich anscheinend schon fast zu schnell. Jedenfalls für 30 Kilometer mein Rall herfahren. Jetzt genehmig uns mal aber auch noch eine kleine Aussicht vom Beilsteingipfel, würde ich sagen. Also wenn man den gelben Markierungen konsequent folgt, dann kommt man da auf ein schönes, sonniges Platz. Und da drüben ist das Gipfelkreuz vom Beilsteingipfel. Ja, allein vom Beilsteingipfel. In einer herrlichen Abendstimmung. Möglich wochentags. Bei uns der Hünzug ist übrigens der Schöpfel. Wer da mag, kann jetzt noch in 3 Minuten zum Beilsteinhaus gehen. Dort findet ihr einen Stützpunkt. Also da, Beilsteinhaus. Mit Zeltlager, Kinderparadies. Einkehr, Mächtigung, Duschen, alles was ihr wollt. Oder? Ich mach's jetzt so, ich freu's wieder heim. Ja, ich hab mich beim Beilsteinhaus Richtung Norden und dann nochmal gleich wieder links gehalten. Und komm da jetzt in engen Seid mit ihnen runter. Wieder in Richtung Wandfußsteig. Und dann gehen wir uns das zweite Göttersteigerlebnis an. Das war ja schon, wenn ich längst die Minuten nochmal zum Krakseln da hergefahren war. Zwei Stunden lang. Ja, da beim Steinen halte ich mich jetzt recht. Dabei, Vorsicht da! Diese kleine Höhle da erspäht. Der sollte sie nach links wenden. Da ist nämlich der Einstieg in den zweiten Göttersteig, den es da noch gibt. Und den schauen wir uns jetzt auch noch an. Haserlstiege, alpiner Göttersteig, Absturz und Steinschlag. Na gut. Jetzt sind wir mal nicht so. So, da sind so kleine Eisenleitern und Drittstifte. Landschaftlich, also da eine Hübsche steig. Das ist ein Ries zu durch. Ja, die Haserlstiege ist leichter. Also der Haserlsteig ist leichter als die Kularstiege. Und schon ist der Ausstieg erreicht. Haserlstiege. Also wenn die wirklich sehr ängstlich ist und trotzdem sie mit Klettersteig vertraut machen will, dann ist die Hauptanstiege genau das Richtige. Und auch hier gibt es einen wunderschönen Ausblick. Zum Matterhornstiege. Jetzt werkt man nach dem Schild bei erster Gelegenheit nach links hinauf ab. Ja, gut ausgebaut. So, da. Matterhornstiege. Noch einmal derselbe Hinweis. Noch einmal. Nehmen wir den ernst. Und hängen sich halt entsprechend ein. Das ist auch ein schweres Gelände. Alter, schaut mal ein bisschen ausgesetzt aus. Na, ich sehe eigentlich gar nicht ausgesetzt da. Genauso ein wunderschöner Ausblick wie auf den anderen Passagen. Da ist das Zwischendiff. Ach, geht Gelände dabei. Ist jetzt da drin. Jetzt sollte ich halt irgendwie so ein bisschen ernst da gehen. So, das Gewände mit Steiner. Wir queren da das Seil. Steiner kommt vor Dauberin. Definitiv. Der Steig mit der schönsten Aussicht da. Man sieht es größer keine Eiderfelder und so auf. So, Handy nicht fahrien lassen. Ich hatte noch ein wenig des Ausblicks und Tiefblicks. Lohnt sich das da schon? Ja und die Hauptschwierigkeit hat man da auch schon wieder. Ja, Matau-Heinstiege absolviert. Ja, wunderschöne Abendstimmung hat man am Ende der Matau-Heinstiege. Da man sich natürlich beim Ausstieg hinsetzt. Da kann man wirklich einmal herrliche Rundgau. Da drüben hört man noch so ein bisschen ein Felsgipfel zum Angeben. Machen wir aber nicht. An uns ist wegen drei kurzer Klettersteigsegmente da herzufahren. Wegen dem Klettersteigerlebnis allein nicht unbedingt, aber wegen der Landschaft und dem Klettersteig kombiniert, kann man einen schönen Ausflug draus machen. Außerdem ist natürlich der Fitnessaspekt auch nicht zu unterschätzen, wenn man mit dem Radl herfährt. Wie schwer sind die Klettersteige wirklich? Ich muss ganz ehrlich sagen, die Kolarstiege ist mit PC bewertet. Angeblich halte ich das für gewagt im Vergleich zu anderen PC-Klettersteigen, wenn ich mein schon, dass der Kompolt-Kirchner-Einstieg oder der Möttlinger-Klettersteig ebenfalls PC sind. Matau-Heinstiege bis auf diese Schlussstelle ist B. Ja, sie ist ein bisschen ausgesetzt als die anderen Sachen. Es war in Ordnung für einen Einsteiger wunderbar. Und die Hausaufstiege am Schluss, das letzter Aufstieg, den man machen könnte, damit man mit auf den Beistein aufkommt, das ist nochmal etwas ganz Hübsches. Das kann man auch ganz guten Gewissens mit Kindern machen, die auch mal ein erstes Gettesteigerlebnis haben wollen. Und die Obenstimmung, die wird immer schöner. Das war es jetzt von den Beilsteinwänden und den drei Klettersteigen, die es da drinnen gibt. Und ich bin frei dabei und vielleicht sieht man sich einmal auf einer anderen Tour. Aufstieg von der Matau-Heinstiege kommt von dieser wunderschönen Stelle. Da fahren wir natürlich nicht hinauf, sondern wir werden das selber entziehen. Jetzt habe ich am Schluss noch ein paar Impressionen für euch vom Bahnfußsteig. Da wo wir jetzt am Bahnfußsteig bleiben stehen haben, so 10 Minuten, werden wir allerdings den Steig verlassen und gehen runter, damit wir wieder zurückkommen in Richtung Holzschlag.